Wunderschönen guten Tag, wir spielen eine weitere Runde CSGO mit Items Early, Dalu und Alex. Hallo. Auf Kachisch. Wird ne Kacki. Wuhuuu. Kachii. Ich freu mich ja die Tür mal an. Jetzt hast du mich mit dem Niesen angesteckt. Ja nice, hat super funktioniert mit dem Kaufen. Danke. Gib's doch zu, du machst einfach nur wieder die Kiste auf. Das hab ich eben schon gezogen, als ich gedacht hab, die Runde war Kacke. Ich hab auf die Diegel geklickt, aber ich hab die dazu gemacht, aber keine gekauft. Beide low gewesen. Lass noch einer auf Marspot. Hä kuh. Hä kuh. Da kommt auf jeden Fall CT. Einer ist mitten, ne? Einer ist noch hier oben. Einer langweil müsste mir helfen, ich werde von zwei Seiten angeschossen. Einer, Early, der kommt rechts von dir. Kannst du ihn mal töten? Gut gemacht. Ach. Holy shit. Da kamen sie von allen drei Seiten. Und Early, der zieht ihn an die Sandbags. Ja, ich hab die ganze Zeit dahin geguckt und dann, weil ich niesen musste, muss ich den Deckel geben, weil ich dann kurz halt, ja. Nase abschneiden, Voldemort sein, Ende. Ja, dann muss ich ja trotzdem noch niesen. Wurde ich vielleicht etwas niesen. Ja fein, Early, ja fein bist du. Ja du bist ein Feiner, 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 ganz Feiner. Ne. Wäre ja generell, ne das wäre nicht cool. Findest du? Ich finde das cool. Ja wenn neuer, wenn neuer, der hinten heißt, in den wir kommen würden. Links, Yellow. Hättet ihr was Kiel, aber. Oh shit. Von hinten schon, von hinten, von hinten, von hinten, Main. Ah. Der ist schon gut angehittet. Oh, die Daffen gar nicht mehr so schlecht da gerade. Ist down. Oh, direkt vor mir. Oh, Early hinter dir. Ach, war nicht wustig, dass er rein pusht. Ich wollte grad, ja, Waffe holen. Rechts, Dalo. Hm. Joa. Ne? Nom nom nom. Dalo hat verkackt. Ich hab zwei gekillt. Wieder. Pssst. 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 Was? Aufen oder immer noch nicht? Nein. Du brauchst, jeder braucht drei Sieben. Sonst kannst keiner Karten kaufen. Geht zu 150 oder Tech9? What? Nehmen wir jetzt mal die Pizza davon. Je nachdem wie viel Geld du hast. Je nachdem wie gut du mit den einzelnen Waffen bist. Trinkt ja auch nix ne Deagle zu kaufen, nur weil du das Geld hast, wenn du damit nicht triffst. Och, Deagle geht immer. Komm wieder über die Mitte. Okay, das ist einer Fork. Ich mir. Aua. Böse. Einer ist oben drauf. Da kommt Molli. Hallo Molli. Na du. Du bist hier frei. Der hat noch 8 HP Dalo. Okay. Der hat sich von mir die Hose decken. Der Beiner von B kommt. Aber ich hatte den angesagt. Jaja, ich hab ja auch auf. Ich hab ihn ja auch auf 8 HP geschossen. Wäre ja sein können, dass er den nicht geschossen hat. Ich hab da einen Spot direkt. Ne ne. Und der Red ne? Ja. Eventuell B gehen. Einer ist Stapler. Gabel Glow. Da kam der andere. Ich sage. Aber es war teuer. Ich sage. Der Merrick hat an. Ja. Also bis jetzt hat er noch nichts gemacht. Er hat bis jetzt nur Headshots verteilt. Gerade eben war kein Headshot. Er hat diese Runde jeden Kill den er gemacht hat war ein Headshot. Er musste mich aber dafür ganz schön oft treffen. 122 in 5. So viele Headshots hat er dir gegeben. Er kam mir halt am Anfang in der Warmacht so komisch vor. Weil er zweimal mit dem Schlick von 180 Grad zu gehen hat. Mit halt M4-1-S. Ich werde rausflashen wenn ihr wollt. Nicht durch die Smoke. Noch nichts. Jetzt kommt Mitte glaube ich Dalu gerade. Da ist einer Fork. Och come on. Ich hätte mich weg bewegen müssen. Smoken einfach zu. An Fork Öl. Auf Schock gucken. Ja Mitte kommt Dalu. Jellover einer ist down. Jetzt komm da raus. Ich weiß dass du da bist. Noch einer Fork. Ich bin down. Forklift. Ja. Lass rüber gehen. Schaffen wir noch. Scheiße wir an die Bombe nicht. Ja wir an die Bombe nicht. Ja wir an die Bombe nicht. Ja die haben mich das erste Mal gepusht. Na da. Diesmal ist halt nicht durch. Ja wahrscheinlich war ja von wieder aus. Ging dass wir wieder. Wir meinen aber die Bombe nicht für B einholen. Wird das gesmoked. Das ist eh vorbei. Wollst du mit mir rauf hast du? Wir haben die Bombe nicht. Warum sollen wir drauf? Das ist einer direkt verbieten. Ist hier einer bei mir? Ist hier einer bei mir noch von uns? Ja. Hab ihn. Wollen wir die rauf oder wollen wir die rauf? Ne die haben uns gesehen. Jetzt können wir rüber gehen. Geh du über langen. Also geh du richtig über A. Naja ich hab die gesmoked noch. Wir können rauf auf A ne. Ach das war so schlecht. Einer hat eine AWP. Ihr müsst weiter machen. Ich geh direkt zu Yellow. Einer ist direkt an der Tür. Tür hab ich. Einer kommt Mitte mit AWP. Oder aus unserer Mane mit AWP. Einer ist K. Und da könnte auch noch eine AW kommen. Setzt sie rechts in die Ecke. Kelow ist wo. Schönen der hat eine AWP. Jetzt zu Waka oder? Ja. Jupp. Klose schon. Ja der Peekklose. Hilft auch keiner. E09 hat halt eine Nova gespielt. Nice. Oh da hast du aber gut gefrissen. Ich wollte halt kein Geld ausgeben aber da hätt ich mir noch mehr unter an PS7 kaufen. Du bist schon über 100 Waffen drüber gelaufen. Das meint ich. Hallo? Ja ich hab die ganze Zeit eine gesucht. Ihr habt keine gefunden, dann dachte ich mir, fickt euch. Ich mach' eine, äh, auf, äh, Box? Was? Auf weiße Box boosten, Items oder so. Ja, mach' mal. Übrigens, die sind auf dem blauen Dings hier stehen, Container geht angeblich nicht mehr, ne? Doch. Danke. Ach, gleich zwei. Early geht auch noch mehr. Ups, das war knapp. Was? Zwei Punkte... Zwei haben gepusht. Dann kannst du rausgehen. Ah, fuck. Oh Gott, Alter. Da ist einfach keiner, oder wat? Der Spot war clear. Hallo, ich geh weg, bitte, ne? Ich bin schon auf A. Ist A clear? Achso, das ist Kunde auf A. Die haben gepusht, die haben doll gepusht, Items. Early ist das. K habe ich, glaube ich, selbst gehört. K ist angezündet, weil ich's kann. Der Hawk flieht, die CT. Wundst du sicher? Early sieht doch gar nichts, weil wir will ja wissen, was der CT ist. Ja, weil er gerade auf mich geschossen hat, deswegen baller ich auch die ganze Zeit auf der Lecker. Gut. Hallo? Der eine spielt nur mit Pistole, soll ich das mal aufgefallen? Ich weiß nicht, wer das von denen ist. Der, was? Irgendeiner spielt von denen nur ohne Pistole. Nee, der eine auch. Nein. Der zweite Runde hat mich mit der UMP geführt. Noch mal einen Booster. Ja. Danke. White Box einer, für dich, Alex. Okay. Nein, der ist durch. Fuck. Main ist einer drin jetzt. Links oder rechts? Rechts wahrscheinlich, wenn er jetzt noch nicht da ist. Oh, ja gut. Jetzt in dem Moment war er links. Ah, passt noch gerade so. Ich muss euch mal, ich geb euch mal die Bombe. Ich bin so. Blau hat die jetzt, unten dran. Holy shit, ich will mit dem Feuer. Toll. Ich hab ihn angetroffen. Ich hab ihn angetroffen. MBK. Wir haben noch eine. Kurz ist gesmoked da. Ja. Oh, vergeschen. Konon, komm wir gehen B. Highway, highway. Ey, verschieb mal, Konon. Du schießt nicht rechts durch die Wand. Weil er dann weiß, dass ich hier bin. Eine Y, eine... Das sind immer noch zwei auf A. Sorry, ich bin da kann einfach blenden. Oben, Upper? Ja. Jale, du schaffst es nicht mehr, bevor er ist unten schon. Okay, passt. Ist unten schon. Also schon tot. Der war auf dem Spot, das wusste ich nicht. Konon sagt auch nicht an. Ist okay. Ich hab den auch... Ich dachte, du hättest ihn auch gesehen. Entschuldigung. Wir waren im Saal drin gerade eben. Das sah voll so aus, als ob er angeschlossen wird von hinten. Wurde auch angeschlossen. Ich hab aber nur ihn getroffen. Also... Wir sahen so das nicht aus. Ui. Es stand halt da halt an der Küste und... Ah, war auch noch gut. Da sind wir noch auf B gekommen. Highway. Okay. Toll. Hast du echt nicht die Smoke gerade geholt? Ne, ne. Bitte komm, komm bitte. Komm, komm bitte. Ich wusste, dass er flasht. Na, ich guck bitte. Den höchsten Zahlen, dass der Items... ...vor er sieht, bevor ich ihn sehen kann. Na, das kann passieren. Noch so... Da ist einer gerade auf Gott geschwitzt. Oh, fuck! Ich glaub, es ist der Tegestbruch. Die verschieben gerade. Das bin ich. Das ist ein Items-Schritte. Ja, ja, ich hab's auch gemacht. Zwei Output. Ich wurde gestaked. Ich bin low. Ich auch. Highway. Äh, high. Mein ich oben. Ach, linke Seite da auch noch. Shit. Händen wir verschieben sollen einfach. Gott, das ist ja. Ich schieße sich dann da zusammen. Ich geh immer weg, wenn der weg... Direkt unter Heaven war einer. Unter dem Logo. Schön. Unter dem Spraybar. Ja, da ist noch einer. Es war auf jeden Fall noch einer drauf. Habt ihr den unter Heaven weg? Nein, der ist immer noch da. Schön. Spot. Letzter. Ich geh rauf. Okay, du bist auch rauf. Nein. War das ein Ace von ihm? Was könnte es ein Ace gewesen sein? Äh, dein kill two enemies and one. Also, er hat zwei Leute geholt. Der hatte mich aber doch... War ich denn mal... Ach, Mano. Dass er da rumziehen kann. Das ist was, das ist was. Ich hatte 14 Leben oder so. Nein, auch noch 14. Der 12er kann droppen. Ja, okay. Ich hab zwei Wachen, hab ich getroppt. Eine ABV White Box. Okay, dann kann ich direkt weggehen. Wenn er... ...Gelock. Ich hab ihn angeschossen. Aber nur 26 mit der AK. War da was, Alex? Ich hab einfach nur nichts. Okay. Hast du ne Waffe da, du? Aua. Ich hatte ne AK. Ah, einer steht drauf auf der... ...auf der Railing. Einer auf der Railing oben. Aua. Auuu. Alex, komm mal mit. Puste mich mal. Auf Weiß. Kann halt jederzeit einer kommen, gell? Hier. Ja, ja. Da ist einer oben, glaub ich. Das war der in der Mitte. Der hat mich gekillt. Nach rechts unter die Box. Ah, noch einer Mitte. Fuck. Der kommt jetzt Mitte rein, glaub ich sogar. Oder steht links davon. Einen Tipp kann ich dir sogar wirklich geben, gerade. Egal, wo du sitzt, ziel immer auf Kopfhöhe. Es macht keinen Sinn, tiefer zu zielen. Also selbst wenn du... Ne, du kannst dich ja ducken, aber trotzdem nach oben gucken. Ah, verdammt. Zwei Leute Mitte. Es macht keinen Sinn, da rauszuzielen. Zwei Leute Mitte. Wend kommt grad rein. Los, early. Er hat ein ekliges Movement im Rekar, finde ich. Aber wie geht das? Ja, der macht halt dieses... Wir müssen mal schneller sein. B-Rush jetzt nicht kaufen. Wollen wir eine Smoke kaufen? Ja, kannst du eine Smoke? Ich hole eine Smoke für CT. Welche wirfst du, Alex? Weil ich habe auch eine. Gegen die X. Gegen das X. An der Wand. Also hier? Ne. Einer ist da... Da. Alter, Team-E-Tech des Todes, early. Ich bin down, ey. Das ist ein Versuch jetzt. Alter, du hast 87. Endgame. Mann. Ja, gerade eben in den Rücken geschossen. Ja, jetzt musst du mir entscheiden, wenn du auf den Gegner schiebst. Wo liegt die Smoke und dann? Scheiße, wo habe ich jetzt gesmoked, wo du down warst? Die lag unten irgendwo, da. Also die hat quasi hier simple weggesmoked. Hm, ja. Warte, willst du nur auf? Ne. Da oben nicht getroffen. Ah, das boostet mich bestimmt wieder, ne? Ja, ja. Ja, mach mal mit den Boost und ich lenke kurz die AWP ab und dann musst du den holen. Ja, ja. Warte noch, weil du nicht da bist. Er wird jetzt geflasht. Da oben ist ein Molly. Ich habe Feuer. Ja, ja, ja. Das hat doch gut geklappt. Ich habe nur 5 HP. Will jemand anders die AWP? Ne, behalte doch. Das ist doch die perfekte Waffe. Alex, da ist noch einer. Der steht mit einem auf dem Platz. Da ist Feuer. Da ist Feuer oben. Da ist Feuer. Da ist Feuer. Ah. Okay, NBK steht einer. Wo ist denn die Bombe? Scheiße, die Bombe ist am A. Einer ist vor. Kann Items gleich holen. Drei Leute auf A. Drei Leute auf A. Ja, die Bombe ist bei Items. Items ist nur um die Bombe und kommt hierher. Das ist, war immer noch mit dem. Da ist eine AWP on NBK. Rum, da ist noch einer. Okay, und jetzt drauf am Spot, weil die AWP sich positioniert. Ja, steht hinten am NBK. Irgendwas Y. Der noch 50. Der guckt nicht nochmal. Stand bei Yellow rechts auf den Barrels. Also direkt oben rechts jetzt. Ja, und jetzt da genau. Da steht auch rechts. Du siehst ihn? Ja, also. Ja, also. Du stehst jetzt offen für den anderen. Ach, fuck. Kommt er. Der ist wahrscheinlich Main weg, ne? Ne, Mitte. Der steht da noch. Der ist Main weg, ja. Ne, der stand da noch. Am Yellow. Ne, aber der war aber bei Main join. Ne, war er nicht. Der war eigentlich mit dem Gabelstab. B brauchen draufpuschen. Ja. Ich bleibe wieder eine Smoke. Wo ist denn die? Vielleicht werde ich diesmal nicht flammiert. Yay! Kommt schon, Leute. Ich treffe zum ersten Mal seit zwei Wochen was. Das ist auch besser geworden. Echt, schnatz. Ernst, ich treffe halt echt seit zwei Wochen. Einer oben, Heaven. Ist runtergefallen, hat ein Headshot von mir. Habt ihr, gut. Auf dem Spot noch einer. No. Vent, Vent is low. Nech. Das war doch. Ob er doch der Echo? Nein. Haben wir denn einen, der droppen kann? Ja. 6, 3 zum Beispiel. Wir brauchen doch keiner, oder? Kann doch jeder kaufen. Kann doch nicht droppen. Das hätte eine Galie legen können, aber keiner account. Das hatte doch jeder. Echt? Oh. Wir hatten doch alle so viel Geld. Jeder hat über 4.000. Ja. Ah, einer down. K noch. Sind noch, noch einer down. Okay, einnimmst, haben zwei geholt. A ist noch einer K. Einer ist noch K. Bombe? Ja, ich hab die Bombe mit. Soll ich schon? Ja. Ich mein, die haben noch 3G. Wenn der Lötz 2 holt, können wir natürlich wieder zurückbrennen. Aber so. Dann komm A rauf. Nice. Schön. Letzte wird vielleicht CT sein, oder? Ja. War kein Ace, war? Oder? Ne. Ich hab endlich den NBK-Code gemacht. Ja, ich kann kaufen. Der Typ NBK hat mich so gestört, den musste ich verhissen. Ne, das war ein Drawkill, oder? Ne, das gibt es ja hier nicht. Gibt es nicht. War kein Drawkill. Ich hab noch einen weggeholt und der Typ an K. Hinten hat mich gleichzeitig weggebombt. White. White. Okay, jetzt steht er wieder dran. Umdrehen. Lass auf B gehen. Pass mal Main auf, da könnte was hinter euch gekommen. Warum springst du denn? Ich war schon längst wieder auf dem Boden, oder? Nein, nein. Flash. Und rauf. On-Spot ist einer, er ist da weggelaufen. Jetzt geht er weit raus. Ja, der Wommel liegt auf B drauf, wenn du so oder so auf D. Auf Spot ist einer. Äh, Dingenzieher. Headshot. Äh. Hab ich. Lüftungsschacht. Gedöns. Nein, Headshot. Einer ist Upper. Müsste, einer müsste Upper kommen. Ja. Einer war, im Wend hab ich halt auch was gehört. Also, den Wend hat er dann auch gemacht. Ja, den hat er auch gemacht. Von außen. Er guckt echt da an. Na gut, aber der Wendel macht sowieso Sinn. Der springt ja um die Ecke. Naja, ist er nicht. Ist gecrouched. Ist er nicht gesprungen und dann gecrouched? Nein. Dann hätte ich ihn ja gehört. Letzte Runde, oder? Alles kaufen, was geht? Ja. Einen AK kann ich droppen. Kann ich nicht. Warum kann ich mir keine AK mehr kaufen? Eventuell, weil du die aufgefangen hast. Ach. Danke. Ich glaube, B ist tatsächlich leichter, oder? Ich glaube, zusammenleichter, die draufgehen, ja. Das war ein Headshot. What the fuck? Ich sehe nix, hab nur so geschlossen. Rauf, rauf, rauf. Hallo, macht Stress, bitte. Aber gerade an NBK noch die Awe. Wir haben gerade irgendwas gemolotowt auf A. Da steht einer in der Corner. Da ist wieder zurückgegangen, auf Spot. Da steht D, da ist einer. Über den Upper. Letzter war Upper. Nein, aber okay. Meine Smoke muss... Oh, er hat ihn getroffen. Er hat ihn getroffen. Meine Smoke geht jetzt weg, ja. Er war ja eh nach oben. Schöööööööööön runtergespielt. Schön runtergespielt. Ja, aber dann wollte er direkt die Pose wechseln, ey. Der Bobo. ich finde die sterne sind bei uns gut verteilt die sterne sind bei uns gut verteilt aber er hat auch einen bestimmten wichtigen frag geholt damit haben wir ne runde gekriegt ja ohne mich ne ich hab aber Alex einfach an den gehört ich hab den nur von hinten erschossen nein der war hier inzwischen der war hier Connector kam dann ich hab ihn gekillt ok ich hab hier Party in Main ok ist komplett sauer bis jetzt Main zwei Leute Minimum ja Main Bombe ist auch gesehen Bombe sehen wir auch einer ist Mitte ich konnte nicht drauf auf ihn schießen in der Mitte kommt gleich einer Ellie hast du Highway? der kommt grad hoch ich guck schön brauchst du ihn? ja ja der ist down immer noch Main ich hab nur noch einen Schuss ich hab auch nur noch 12 Abverfehlt Abverfehlt alter gibt den mir direkt nated ich hatte keine Schuhe oh lol den hab ich gar nicht gesehen gerade oh come on Leute oh god Hilfe Hilfe das war ein Form 2 das war ein Form 2 Friot 2 Wer ist jetzt einer weniger? hab ich noch was fragen? ich? ok nein nein er ist auch jetzt einmal wieder AFK ja ich bin A alleine noch einer kann ich Earl übernehmen noch einer ne ich hab noch einer low in der Mitte oh god 10 HP noch noch einer das hast du auch gehört nein zwei noch Mitte bin einer down komm komm spielen komm Katze will das Wolken komm schon Mitte ist noch einer Moin B Kuna nein also einen hab ich noch angeschossen und der andere ja sind beide B beide B beide B ich sag es sind beide B items ok 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 ja ich bin da ein bisschen geschädigt aber ihr könnt hier schon links rechts rocken ne jaja oh gut ein krass ein oh wow einen hab ich gehitet mir nicht ah ok ich musste gerade ein crosshair mal wieder herstellen das alte was musstest du da herstellen noch ne ich hab nix kaufen mein altes crosshair in ner Runde ja weil das kacke das was ich hatte ich kann mich nur konzentrieren an dem Ding willst du da wieder rein pushen Alex oder ne ne ich war nur weil ich keinen U ähm 5-7 hatte und hörst du was ne keine Steps wir haben ne HE ein mensch dort wir können immer noch schleichen aber B vent ist schon auf ja ich hab kassiert Raum in der Mitte ja der jetzt ja steht jetzt kommt ein HE dann könnt ihr rückieren wenn ihr da Alter ich hab ihn nicht down gekriegt 78 in 2 der Typ in mehr ja die kommen B na die kommen überall sind welche auf A sind welche Mitte du bist tot ja keine Ahnung wo ich hin sollte öhn oben oben da lag der rein du kaufst ne AWP ich kauf ne M4 ok für dich oder was ja ja also nur wenn es für dich okay ja ja klar kein Druck mehr ja heute nicht normal schon aber heute nicht normal spiel ich es auch nicht auf A ich kann mir anders Mitte machen weil ich will Mitte nicht als erstes sterben ja ich kann da retake ich lieber Gott ich bleib hier dran hängen wo bist du da ich überleg noch ob ich erst Mitte gehe um Kunden nochmal zu helfen zwei waren raus Mitte einer könnte Wend gehen und einer pusht glaube ich schon close durch Highway AWP ja hab hier nen Freund hab hier nen Freund ja der Highway Bombe ja das war komisch gespielt von mir ok zwei müssten da sein ja sie müssen aber auf den Spot ah direkt bei A direkt bei A schon alter dieser America ist so merkwürdig unglaublich ach so würde der nicht ne aber der spielt halt wie so ein Ob Ding oh wow Solo gegen 4 ja 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 das war mein Step vorhin hast du gefangen die hab ich gut gefangen die war rund die hat mir gefangen sieht es aus da eine Echo ab dann können wir mal kaufen dann müssen wir alles gewinnen come on Alex mach was das geht nicht der America gilt mich leider immer mit seinen scheiß movement Silver 1 movement warum pushen mit meiner Echo nicht zusammen noch einer 101 HP in der Mitte weiter einer noch ein HP meine Waffe tschüss ich glaube nämlich auf B-Door war noch einer Hat der mich echt gesehen wie ich da hingegangen bin Oder weil du schon öfter da saß Aber prefirend? Das ist ein 2 on 2 2 on 1 Wo war der? Wo war der? Einer ist Mitte, einer B Da hinten ist Faktisch Ok Können sie wahrscheinlich beide aufgehen Doppel dazu Hoffe es, dass beide B sind Ja, jetzt auf jeden Fall Geht dahinter, ne? Oh, ich war nicht aufm Kopf, oder was? Ist mit meiner eigenen A Ich glaub du warst einen kleinen Tick drüber Wenn du mit der A Also wenn du weißt, dass du gegen eine AWP spielst Musst du halt schneller sein Um die Ecke schleichen Du bist ja ins Ass Hintzins verloren Ja, ich dachte er hat nicht gesehen, dass ich dahin bin Aber dann wäre er auf die Flasche gekommen Ja, aber du wusstest ja trotzdem wo er ist Das heißt du hättest ja so, ob er das wusste oder nicht Hättest ja trotzdem springen können Nein, da rennen können Nicht springen Entschuldigung Ja gut Nein, da muss ja alles gut können Nix für Nicht schlimm Ne, weil ich jetzt grad nicht gekauft hatte, war das Entschuldigung Bin grad losgerannt und wollte erstmal nicht kaufen Noch einer Mitte Könnte schon durch sein Ich fall Mitte zurück Ich fall Mitte zurück Bitte eine Highway runter gucken Ihr seid die erste Wände, oder gell? Gewesen Ich hab, ich mein ich hab sogar zwei Aber bin mir nicht sicher Ja Okay, Highway oben Down Okay Early guckst du Highway? Ja Gut Ich guck mein Items Guck du mal da Mach ich Mach ich Bin noch zwei Einer ist Wind drin Ich steh rüber Ja Bei mir letzter Rechts um die Ecke Alex steht passiv Noch vor B sozusagen Also ihr könnt jetzt alle da hoch gehen Mein AWP liegt dann auch noch da Da hinten ist er Da hinten ist er Early, was machst du? Safe, dass der schon auf B ist Ja, die Bombe blinkt auch auf B Achso Der ist direkt da vorne Schön AWP Ja, theoretisch sollte jeder von uns immer lieber AK spielen Okay Ja, weil er einen One-Shot hat Naja Go, go, go Wer hat mir denn jetzt einen Zeus gedroppt, ey? Early, was droppt denn den Zeus? Early kaufte mir mit seinen Bobo Händen Hab mir eben verklickt Und dann droppst du mir den Zeus in die Fresse Wieder einer Wieder bitte Mitte runter gucken Highway, ich kann da nicht repeaken Wollen wir nochmal gucken? Ne, ne Wend Ich weiß nicht wie schnell die Wend reingehen Wend ist bei mir noch nicht aufgehört Man kommt, man kommt, man kommt, man kommt Man kommt, was? Es kam ein Molly von denen, Alex 2, 2 Die Augen hab ich da Ne, hab mich vertan Was ist mit Highway? Early, du bist tot, oder? Ja Ja K ist auch tot Hey, hallo, Base, Kunran Anstatt 8 zu sagen Wäre gut, dass der in unserer Zähne Base ist Er ist oben schon, Alex, du hast einen Step gehört Jawohl Er ist runter gesprungen Vor B waren auf jeden Fall noch welche Also B ist wahrscheinlicher als A Ja, B geht rauf Oh leu Einer ist low auf jeden Fall 75,3 Warum hast du nicht geworfen? Ja, weil ich grad nicht verraten wollte, wo ich herkomm Nergus Wo sollst du sonst herkommen als CT oder oben? Ja So, jetzt gehen wir noch auf jeden Fall Oh ja, hätte ich ansagen müssen Ja, ich war in dem Moment entsetzt, dass keine Ansage kommt, dass der halt durchkommen kann Dass wer durch kann? Ja, dass Highway, also dass die schon im CT stehen können Da war ich grade halt, naja Wer hat denn Highway gemacht? Ey, Highway war tot, also ich Grenade out Oh fuck Ist äh halb Na, fuck Okay, das war der auch Einer ist geboostet early, ne? Hast du mitgekriegt, oder? Was? Einer war geboostet oben Captain America war mitgekriegt Ne, einer war Vent Vent war einer und unten B ist einer Vent und nach der Mitte ist B ist einer Ja Ich brauch grad erst mal Orb, ne? Naja, denn mir macht das eher Sorgen, dass der hier da vor mir steht Der ist schon weg Wahrscheinlich nicht Vent 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 zählen muss, wenn ein Dauerfeuer hat. Auf die Füße. Ich wollte eigentlich den Hinteren treffen. Oh ja, äh, hier. Ne, warum den Hinteren? Der hat doch geplanten. Der vorne hatte die Waffe. Ja, jetzt. Ich wollte den Planten unterbrechen. Das ist, wenn man die Taktik eines Tic Tacs hat. Wend ist aufgemacht. Schau ab. Juts, ich kann nicht Wend gucken, ich gucke über Highway runter. Ich bin vorbei Highway. Zwei Highway. Einer ist auf jeden Fall angeschossen. Ich hab den nicht verstanden, Alex. Entschuldigung. Ich bin komplett nebenan. Noch einer. Noch zwei. Barrel, noch ein. Oh, fuck it. Will ich überkommen oder bleiben? Ach, ich hab über CT wieder Angst. Schön. Ich hab zwei Wend gekehlt. Ich glaube, der letzte könnte auszumischen. Ne, ich schieße erstmal immer nur so. Du Highway Roller. Oh. Bei euch oder was? Nein, 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 nein. Ich hab ihn. Oh, die Farmers spielt sich ja richtig gut inzwischen. Wo ist denn die Waffe von denen? Ernsthaft? Die hatten beide keine Waffe? Die hatten die ECO. Oh, ey. Muss ich nochmal eine Farmers spielen. Ne, muss sie nicht. Ich droppe eine M4. Einer wird die Dopp. Ja, trotzdem. Scheiß drauf, Farmers Körpers zu wechseln. Trotzdem. Ja, alle spielen. Äh, was war denn da? Einfach nur runterziehen, ne? Schalldämpfer. Ersten drei Schüsse auf den Kopf, um zu töten. Geh über A, bitte. Nicht wundern. Oh, fuck. Schade. Soll ich smoken da, oder? Ja, kannst du. Ich will abhauen gleich. Ist einer links, ist einer? Die werden A gehen. Ey, der ist schon fork. Die sind A. Ja, ja, ja. Cool. Vier Leute A hab ich gesehen. Zwei Leute. Zwei Y. Einen hab ich da. Oben. Trink runter. Trink runter. Y. Full Flash. Y ist einer down. Da könnte ein Loch einer sein. Ich guck einmal, ich guck einmal Main rein. Äh, der steht auf der Bombe, glaube ich. Du hast eine Waffe? Alles gut, alles gut. Ah, das wird noch ein hartes Match. Die haben jetzt nochmal eine Buy-Round. Jetzt müssen wir die nochmal schaffen. Ich brauche was. Items braucht was. Und weil die gerade hatten sie Waffen. Ja, aber haben Bombe gelegt. Also das denn hier? Zum Teil. Irgendwie Boys Toys. Ich glaube ich sollte das machen. Aufschließen. Ich komm, ich bin zu spät da. Ich kann nicht gucken, Alex. Leider. Blöd. Ich häng fest. Ich hing fest. Zwei Mittel. Cool Flash. Geht da nicht hoch. Die machen ernsthaft? Ach! Ja! 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 Klar! Ah! Highway! Schön Items. Im Laufen! B wird gesmollied. Ah! Das war's. Ich bin tot. Also von mir. B kommt. Gedeff. 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 Vielleicht gucken sie nicht. Hier richtig. Warte noch. Ah, scheiße. Jetzt kannst du nicht. Ja, guck. Your time to shine. Oh nein. Nein! Schade. 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 Toten allein. Das wäre schön gewesen. Noch ein paar Runden. Klar, das war schwer. Wir durften keine einzige mehr verlieren. Ja, das war hart. Hätte besser gehen können, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut mir einmal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.